Hallo, das Durselichnir mit dem zweiten Land von Binding of Isaac, so jetzt habe ich es. Und ich würde sagen, wir nehmen einfach nochmal Isaac, weil wir es können. Weil wir ja nicht wirklich was mit ihm erreicht hatten, also versuchen wir es einfach nochmal. Hallo, Monsterchen. Ja, wie geht's dir denn? Ja, gut. Gut, da ist der Atemarm. Hm, zwei Herzchen, Bucket of Lard. Das finde ich sehr gut. Finde ich wirklich gut. Das heißt, noch zwei Herzen und wir hätten rein theoretisch ihn weggelebt. Freigeschaltet, meine Güte, meine Stimme macht's heute nicht mehr. Da geht's gerade nicht so. Also wir brauchen noch zwei rote Herzen. Mir ist noch nie aufgefallen, dass man beim Bucket of Lard wirklich so fett wird. Wir brauchen jetzt noch zwei, meine Güte, rote Herzen. Ich hoffe, die Lautstärke ist jetzt mal nicht ganz so gut wie beim letzten Mal, weil da hat man wirklich nichts mehr gehört. Und also kaum, mich kaum noch gehört, weil der Spiele-Sound zu laut hatte. Ich hoffe, dass ich das im Nachhinein noch runterschrauben kann. Ich habe das noch nicht ausprobiert. Dass ich es diesmal besser gemacht habe. Ihr wartet echt, bis sie euch da rausholen, ne? Ihr seid so faul. So, du tot. Du tot. So, euch töte ich jetzt hier. So, chillt. So, und so. Hallo, kommst du her? Renn weg, renn weg, du Feigling. Hallo. Hi. Und jetzt noch hier. Komm. Und. Du machst die Augen auf, du müsstest mich attackieren, aber du tustest nicht, weil du klein bist. So, auch noch tot. Halbes Herz. Perfekt. Gehen wir runter. Ein Haufen Scheiße vor dem Endbossraum. Er gibt eine Münze. Ein Haufen Scheiß ist gleich eine Münze. Fliegen! Wir fliegen, fliegen, hinterfliegen, fliegen, fliegen, nach. Itemraum lohnt sich noch nicht. Ich werde gerne die Pille, aber ich habe keine Bombe mehr. Gut, dann gehen wir mal zum Endboss. So fett, wie wir sind. Oh nein, ich hasse die Mini. Ich kann die Mini nämlich nicht. Weil mein Gamepad nicht mitmacht, weil da mein Vieh nie rennt. Ein Vieh tippelt immer nur und dann kann ich nicht von Gimini weg. Ja, 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 chill, chill, chill. Chill, chill, chill. Ja, klar. So. So, würdest du bitte mal tot gehen? Danke. Das Ding ist jetzt nicht ganz so schwer. Das schießt jetzt nicht mehr. Habe ich es gerade gebackt? Das fände ich sehr, sehr schön. Sie kann man ziemlich gut backen. Also, an einer Stelle festhalten, aber gleich rutscht es weg und... Komm wieder her. Ja, fein. Nein, das finde ich jetzt nicht mehr ganz so fein. Und tot ist es. Bald. Wie wir schon gesehen haben, macht das Speed Up. Ähm. Hatten wir doch. Beim ersten Run, oder? Ui, eine Fallt hier. Ui, dort. Der arme Kleine, was der immer träumt. Gut, die müssen oben. Hätte ich gerne, aber... Oh, meine absoluten Lieblingskegner. Ah, ha. Ich mag die Dinger nicht. Ich weiß nicht. Ich mag sie irgendwie nicht. Ich kann denen nicht so gut ausweichen. So. Schlüssel haben wir noch. Gut, dann können wir gleich in den Itemraum. Entschuldigung, meine Stimme versagt. Ah, nee, nicht. Das ist der Teleport, wenn ich mich richtig entsinne. Teleport. Das ist so ein... Unnützes Item, ohne Witz. Sehr, sehr unnütz. Oh. Das ist jetzt nicht mehr ganz so toll. Weil die schießen. Wenn die nicht schießen würden, wäre das ganz in Ordnung geworden. Die schießen! Ich mag es nicht, wenn die schießen. Nein. So, benutzen wir mal eine Teleport. Schwupps. Oh, wir sind in einem Raum. Ich weiß nicht, ob wir uns mal direkt vor den Busraum bringen, aber... Würdest du bitte laufen? Würdest du jetzt das viel killen? Würdest du das schon mal hinter dir? Und dann mit dem hier weitermachen? Ja, fein. Die im Feuer sind so gefährlich. Das ist so böse. Feuer aus, Feuer aus, Feuer aus. Okay. Du wirst sterben. Du wirst sterben. Hab ich gesagt. Stirr. Stirr auf. Danke. So. Herzchen. Ich hab keine Bombe. Anfangsraum. Ich nenne sie jetzt mal Blob. Ich weiß nicht, wie die wirklich heißen. Ich nenne sie Blob. Ähm. Blob. Würdest du bitte getroffen werden? Blob tot. Eine Pille. Telepills. Super. Ach, toll. Jetzt hätten wir nicht schon Teleportern. Nein, da brauchen wir auch noch ne Telepille. So. Stirb. Schön. Scheißhaufen kaputt. Scheißhaufen kaputt. Komm her. So. Du bist tot. Scheißhaufen kaputt. Scheißhaufen kaputt. Du bist auch gleich tot. Schön. Eine Bombe. Nee, das ist etwas. Hm. Ich wüsste jetzt aber nicht, wo hier der Geheimraum wäre. Also. Ich kann es nicht sagen. Hm. Not. Mein Teleporter funktioniert wieder. Oh, ja. Super. Super. Ich. Hm. Ich finde ich nicht, wenn ich hier drin sterbe. Das ist nicht gut. Hey, ich hab noch ein Herzchen. So, obst du mir wenigstens ein Herzchen? Ein rotes. Ach, ich hab keinen Schlüssel. Geil. Ich hab keinen Schlüssel. Oh, teleportier ich mich hier entwürmer rein. Na, vielleicht überlebe ich so den Endboss, was ich für Zweifler war. Wer weiß, man kann Glück haben. Hab ich eine Bombe? Ja, ich kann noch an das halbe Herz davon ran. Das wird nicht geiles aufspringen. Schade eigentlich. Na gut, ein halbes Herz ist besser als gar keins. Was ist hier unten noch? Soll ich es riskieren? Last. Das rennt mir einfach nur hinterher und kann mir sogar ziemlich gut. Das ist echt nicht nett. Was ist das? The Virus Poison Touch. Die Herzchen hätte ich jetzt lieber behalten. Larry Jr., okay, das geht. Das könnte ich locker schaffen. Wenn sie natürlich nicht auf einmal so anders grün wäre, ne? Warum kriege ich immer Endgänger, die böser sind, als sie wirklich sind? Weil normal können Larry Jr. keine Dinger schießen. Ein halbes Herz, ich will dieses halbe Herz haben. Ich will dieses halbe Herz haben. Ich möchte dieses halbe Herz haben, bitte. Bitte. Bitte, bitte, danke. Stirb. Doch einfach. Einer von euch. Bist mit dem Kleinen. Er ist schon mir angehauen. Ja. Nein, du bist nicht der Kleine. Das ist egal. Ja. Und du? Komm schon. Komm schon. Herzen. Und... Tier ist ab. Warrior Coat Hanger. Und, von was träumen wir heute? Oh, schon wieder kein Klopapier. Haha. Die sind echt gemein ziehen. So. Euch mag ich nicht. Ich mag euch nicht. Wüsstet ihr das? Ja, das war mein Volsentouch. Jetzt dieses Grüne. Ich hab nicht zufällig ne Bombe. Nein, hab ich nicht. Schade. Einer ist voll in Ordnung. Ich mag... Weißt du? Die sind nicht schlimm. Wenn's nicht viele sind. Einer ist, ist das vollkommen... Ich hasse diesen Raum jetzt schon. Ist das vollkommen in Ordnung? Wollte ich sagen. Aber das hier ist nicht vollkommen in Ordnung. Das hier ist vollkommener Bullshit. Sie hat vollkommener Bullshit. 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 Finde ich gut. Ich mag Kerzen. Und du stehst auf Bomben, ne Pride? Und du stehst voll auf Bomben, ne? Der Devil. Der Devil ist ne gute Karte. Der Devil ist wirklich gut. Das ist voll in Ordnung. Das mag ich. Vorsicht. Hierhin. Aufges... Aufge... Sprengt. Nächstes Wort entfallen. Aufgesprengt und... Aufgesprengt. Oh nein. Schop, schopst. Na so, den Fähig jetzt nicht töten können. In der Zeit. Hab ich halt Schaden genommen. Oh, das war verdammt knapp. Ich hab keinen Schlüssel. Chop, Chop's tot. Feiner. Ich hab keinen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Ich habe keinen Schlüssel. Das ist voll doof. Das ist voll doof. Das... Oh, verdammt. Ich brauch auch einen Schlüssel. Das ist mir aber schon öfters passiert, dass ich in Itemraum nicht reinkomme. Und die ganze Zeit nicht, weil ich einfach keinen Schlüssel hatte. Und dass ich auch keinen Schlüssel bekommen habe. Oh. 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 Möchtest du sterben? Kleines Chop, Chop. Kleines, großes Chop, Chop. Das ist jetzt sehr doof, das Vieh hier. Das kann so ein, zweimal treffen. Nur muss so weg rein. Eine Bombe. Ich hätte gerne lieber... Ich hätte... Lieber einen Schlüssel gehabt. Aber ist in Ordnung. Okay. Und ich treff nichts. Und ich treff schon wieder nichts. Und ich werde nie wieder was treffen. Und hey, ich habe was getrunken. Ich werde nie wieder was treffen. Hey, ich habe was getrunken. Und Eis ist tot. Und das andere auch. Oh, ein Herz, ein Herz. Dankeschön, 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 Dankeschön. Dankeschön. Danke, danke. Oh nein. In so einem Raum sind die echt böse. Mhm. Treffer Nummer 1. Und dann kommt Treffer Nummer 2. Oh, Treffer Nummer 2 ist nicht gekommen. Schau, warte, schau, warte. Oh nein. Das ist doch ohne Mist. Was habt ihr gerade mit denen? Okay, hey, chill, chill an dem. Komm, hier bin ich. Ja, genau hier. Okay, gut. Ja, komm her. Komm, hopp, hopp, komm her. Es ist natürlich kein Schlüssel dabei. Und Teleport. Hat auch nicht in den richtigen Raum funktioniert. Ich brauche keinen Secret Room. Ich brauche lieber blaue Herzen jetzt beim Endpost. Ohne Item, ob sie mit was. Nun Gott. Was soll's. Oh nein. Beep und Gurley können die beiden nicht abhaben. Oh ja, spring auf die drauf. Macht immer noch so wenig Schaden, ne? Bis mit dieser Karte. Das ist echt nicht schön. Das ist echt nicht schön. Das ist wirklich nicht schön. Und dann lasse ich mich auch noch so doof treffen die ganze Zeit. Und da ist das erste Auge raus, das mich verfolgt. Also es verfolgt mich nicht, aber das rumfliegt. Und da stehst du eigentlich gut. Und das zweite Auge. Ich sagte, da stehst du gut. Dann hör auf, irgendwo anders hinzugehen. Komm schon. Stirb einfach. Lunch. Lunch ist gut. Rein da. Und wovon träumen wir heute? Von Klopapier, das nicht vorhanden ist und Leuten, die uns auslocken. Gut, das kennen wir ja schon. Das ist, glaube ich, mein Todesraum. Oder auch nicht, wenn ich Glück habe. Warum ist da jetzt eine Münze gespawnt? Das ist mir so ohne blöd. Warum? Warum? Du bist groß, du bist schwerer zu töten sein. Ich mag euch aber auch so nicht. Okay, einen habe ich. Zwei habe ich. Und drei habe ich. Oh, das gibt ein Herzchen. Ein Herzchen ist schön. Warum ein Herzchen? Ich kann Magdalene haben. Rein der Robitsch. Habt ihr schon noch? So, von der Theorie her. Warum tut ihr mir das an? Warum? Warum, hm? Was habe ich euch getan? Warum wollt ihr eigentlich alle immer sterben? Shem ist gar nicht so toll. Shem ist sogar recht doof. Hm? Mal drüber nachgedacht. Wirst du denn nur so ganz viel nicht mehr machen? Das ist ganz doof, weißt du? Oh nein, er hat mich immer zunutzt. Das ist so kacke. Päusentatsch. Fein. Töte sie alle. Bitte, bitte, geh rüber. Danke. Oh, den Schlüssel. Den benutze ich jetzt aber nicht für den Job. Ich will erst in den Itemraum. Geil, wo der sein mag. Ach komm, was kippt ist einfach. Nein! Nein, nein, nein. Oh, das kippt ist einfach. Oh, das hätte ja auch nicht blöder laufen können, wenn's mal ohne Mist. Gerdie ist auch noch... Also ich kann mir grad nichts Schlimmeres vorstellen, außer von Loki jetzt mal abgesehen, aber sonst... ... ist Gerdie jetzt echt das Blödsinn, was hätte passieren können. Weil ich Gerdie nicht kann! Sowas von überhaupt nicht kann. Aber wirklich nicht kann. So... Fein. Ja. Ganz klasse. Ganz klasse. Du bist so groß, dann treffe ich dich kaum. Was soll denn der Mist? Okay. Ich lebe noch. Noch. Das ist noch gefällt mir genauso wenig wie euch wahrscheinlich. Ja. Ja, okay. Mhm. Wenn jetzt nochmal Fiecherbischof bringe ich dich um. Ich hasse dich! Ich kann doch... Ich kann doch... ...wann kommen wir nicht. Ich glaube nicht. Und dann triffst du mich natürlich auch noch. Und jetzt hätten wir rein theoretisch Magdalene freigeschaltet. Gut, dann kann ich das nächste Mal Magdalene nehmen. Ich liebe Magdalene. Ah! Wirklich. Tue ich wirklich. Ah, wunderschön. Ah, schön. Delivertieren wir uns einfach mal zum Endgegner rein. Wui! Ah, ich bin hier so eine... ...Nudel. Oh nein. Ja, schon wieder. Wir sind ein bisschen nerviger. Wir sind schneller. Ich glaube, die bauen sich auch schnell wieder auf und so. Das macht mir gar nicht gefallen. Okay. Okay. Tot. Du bist auch gleich tot. Du, ich hab gesagt, du bist tot. Tot, tot, tot! Danke. Au, das ist ein bisschen doof jetzt. Okay. Mhm. 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 Ja, ja. Stört mal. Du auch. Okay. Herzen wäre mir zwar lieber gewesen, aber... Oh nein, ich war wieder solche wie ich... Oh, ich mag euch nicht. Hab ich das schon mal erwähnt? Und ich lass mir natürlich viele Flie und von euch treffen! Und... Und... Und ein ist tot. Und zwei ist tot. Und... Fehlt's noch. Und eine Bombe! Na ja! Gib's mir richtig hart! Und schon wieder so ein Vieh, und schon wieder so ein Vieh, und ganz viele andere Vieh. Oh Gott, das ist... Das ist mein Todesraum. Definitiv. Das ist... Das ist wahrscheinlich mein Todesraum jetzt. Mhm. Mhm. Oh, ich lebe noch! Nee. Okay. Okay. Gib mir Herzen. Münze. Ich will keine Münze, ich will ein Herz. Ein Herz. Nee, das ist... Nee, das ist... Das ist nicht mit der Münze. Das ist... Das auch nicht! Herzen! Herzen! Ach, du bist los! Ich wollte mich nicht teleportieren! Ich wollte mich nicht! Ich wollte mich nicht! Ja, töte mich! Komm schon, ich stehe voll auf... auf mein Tod. Ich will mich unbedingt sterben. Ich wollte mich wirklich nicht teleportieren! Das ist wahrscheinlich mein Tod, aber hey! Oh mein Gott, dein Herz! Na komm! Hör auf! Du geh in die Luft! Schön! Boah, dich zu treffen wird ja hässlich! Mhm. Geh mal da runter. Da runter. Da zur Seite. Da runter. Perfekt. Diesmal wieder hoch? Hör auf! Jetzt lass mich da runter! Und wieder in meine... Guardroom! Lass mich doch wieder glücklich sein! Ich wollte eine Bombe legen! Und was mache ich, dort eine Bombe zu legen? Ich teleportiere mich! Ich verwechsel immer die Spacetons mit der, ähm... Na, wie heißt's? Etch, der... Geheibes, was ich meine... Dings, das... Komm, gib mir Herzchen! Das ist kein Herzchen! Herzchen! Nee, das ist auch kein Herzchen! Ein Herzchen! Das ist ein Nickel! Und kein Herz! Komm schon, bitte! Bitte! Das ist ne normale Müsse! Klasse! Gut, dann ich! Springen wir jetzt halt in die Luft! Mein Herzchen, mein! Ja, von mir aus, ihr seid in Ordnung! Ich weiß nicht, mit denen komm ich mittlerweile relativ gut klar früher! Hab ich echt Probleme mit denen! Na, komm! Stirb mal ein Feind tot! Ja! Ja! Und du auch! Oh, eine Karate! Welche? Strange-Stärke! Ich werd' ihn mal wahrscheinlich... Ich weiß nicht, wo aktivieren gehört! Die haben wir ja schon Tote! Verdammt! Wahrscheinlich... ... irgendwo... ... wo es brenzlig wird! Ich weiß es noch nicht! Ich weiß aber auch nicht, was die Karte macht! Ich kann mir verdammt nochmal nicht merken, was die Karten machen! Zu blöd dafür! Wirklich! Viel zu blöd! Nein, der Raum ist jetzt nicht so schwer, als dass ich die Karte benutzen müsste, ne? So, jetzt... Wirklich, so schwer ist der nicht! Töten wir dies und töten wir das und rennen einfach volle Kanarene! Blaue Pille! Vollheat! Geil! Ich mag die Pille! Ich will blaue Pillen haben! Ganz viele! Bitte! Guck! Guck! Na gut! Ohoho! Nur weil ich gesagt habe, es ist okay, euch zu töten, heißt nicht, dass ihr jetzt dauernd kommen müsst! Arg! Warum, weil ihr so schnell seid! Ich euch dann nicht totkriege, wann es so viele sind! Okay, okay, okay! Ja? 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 Komm her, komm her! Ja, ist ja gut, ist ja gut schon! Dr. Shreemouth! Das ist nicht besser! Nein, ich will den Telefon haben! Oh, nee! Das ist ja nicht besser! Das ist ja doof! Da habe ich noch Schlüsselwünsche! Ja, ne? Es lohnt sich sogar, da mal reinzuschauen! Also, warum nicht? Vielleicht finden wir da drin mal endlich was Nützliches! Das ist sowas wie... Damage Up! Oder... Ich weiß nicht! Oder den Kompass! Kompass! Ihr seht ja den Effekt von dem Kompass jetzt erst, wenn ich jetzt eine Etage tiefer gehe! Komm! Und reinlafen! Na, wovon träumen wir denn heute? Ah, ein Geschenk! Oh, eine Perücke! Oh, ich bin Schöne! Bin ich doch nicht! Und jetzt habe ich den Effekt vom Kompass gar nicht wartet, dass ich den habe! Okay? Ähm, ich würde sagen erst die Dinger! So, dann können wir uns um die Fliegen! Stirb! Stirb Flieger! Du auch! Schlüssel! Ähm, der Kompass zeigt uns an, wo etwas ist! Also, wo etwas ungefähr ist! Wenn ich jetzt hier weitergehe und dann den Raum hier habe und dann eins hoch! Oh nein! Nein, 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 nein! Mhm! Na, auf einmal müsste doch nochmal den hier reinstehen, ihn zu killen! Das solltest du nicht machen! Obwohl ich das gerade gesagt habe! Ist ja egal! Drei Bomben oder vier gegen... Das weiß man! Der Aura-Glas! Was macht das? Ich verstehe es nicht! Ich habe das Ding noch nie gehabt! Ich verstehe den Effekt nicht! Ich nehme es jetzt einfach mit, wenn ich hier draufkomme! Ist wahrscheinlich nicht ganz so schlimm! Als wenn ich auf... Ah! Ja, was anderes komme! Fuck, bist du schnell! Heul mich nicht an! Ja, das... Für das Herz ist in Ordnung! Ich renne gleich einfach nur noch in euch rein, ohne Mist! Ich hasse diese Dinge, ich hasse sie! Müsste das in dem Reihenrein eigentlich immer so ernst nehmen! Ähm, so! Oh! Nein! Ey, was ist das hier? Ja! Ohne Witz ist das! Können wir auch mal normal killen? Man scheint nicht! Herr, mit Brink wie zum Schock, ne? So direkt oben drüber! Oh, die Leiter wäre verlockend! Das daneben kenne ich mich und... Herz! Aber ich habe so viel Geld habe ich nicht! Hm, schade, schade! Okay, vorsichtig! Hier sind Stacheln! Und ich renne volle Kanne erstmal in die Stacheln rein! Ach, komm, gehen wir! Wir werden sowieso sterben! Mann, so zwei! Nein! Komm, wir müssen doch zweimal uns ruf zwei! Ach, nein! Wir sind so firm! Gehen mir nur einen! Ah, okay! Das verlangsamt! Ich abartig! Okay, verstanden! Mhm! Ja! 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 Und jetzt waren wir so Gegner dabei wahrscheinlich nicht! Nee, tust du nicht! Wow! Manchmal waren wir dabei! Gegner! Ich muss die ja meinen Mund aufreißen! Ich muss die ja meinen Mund aufreißen! Und gleich bin ich tot! Und ich bin tot! Gut, Leute, das war's! Ich bin das nächste Mal in Magdalene! Bis dahin! Ciao, ciao!